Das sind wirklich große Pläne und ein einmaliges Projekt. Europa will ab dem Jahr 2024 das größte erdgebundene Teleskop der Welt betreiben. Und die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren mit dem Extremely Large Telescope ELT. In den chilenischen Bergen stehen die Chancen gut, unser Wissen über das Universum zu revolutionieren. Unter anderem soll das ELT nach außerirdischem Leben Ausschau halten. Wie das gigantische Teleskop genau aufgebaut wird, was es schlussendlich leisten wird und welche spannenden Ergebnisse sich die Forschungsteams erträumen, das alles und noch viel mehr jetzt in Clixoom Science & Fiction. Herzlich willkommen! Und vielen Dank für euren Themenvorschlag auf WhatsApp! Das ELT wird das leistungsfähigste und ehrgeizigste Teleskop seiner Art sein, das sagt der Präsident der europäischen Südsternwarte des European Southern Observatory ESO, Patrick Roch, bei der Grundsteinlegung des Extremely Large Teleskops ELR im vergangenen Jahr im Mai 2017. Und der Generaldirektor Tim Dezolf ergänzt, der Sprung von den gegenwärtigen Teleskopen zum ELT ist etwa so groß wie der Sprung von Galileos Auge zu seinem Teleskop. Das ELT führt also in eine neue Ära der Astronomie und das in gewaltigen Dimensionen. Der Hauptspiegel des Teleskops wird fünfmal größer sein und dadurch 13 Mal mehr Licht anfangen können, als es bei den derzeit besten Teleskopen möglich ist. Das ist eine Garantie für sehr viele schärfere Bilder. Im Vergleich zum Weltraumteleskop Hubble wird es wohl 16 Mal kleinere Details erkennbar machen. Und es geht weiter. Allein sein gewaltiger drehbarer Kuppelaufbau mit einem Durchmesser von 85 Metern ist von der Größe her vergleichbar mit der Fläche eines Fußballfeldes. Das ELT soll vor allem Exoplaneten unter die Lupe nehmen, denn dort könnte es bislang unentdecktes Leben geben. Wir berichten ja immer wieder davon, die Planetenforschung weltweit überbietet sich derzeit darin, den ersten bewohnbaren Exoplaneten aufzuspüren. Aber auch supermassereiche schwarze Löcher und die Rätsel um die Verteilung der dunklen Materie und der dunklen Energie könnten mit dem gigantischen Teleskop gelöst werden. Ein besonderes Augenmerk soll auch auf der Frühgeschichte und der Zukunft des Universums liegen. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Von den etwa 2500 Astrophysikern und Astrophysikerinnen in Deutschland werden wohl zwei Drittel mit den Daten des ELT arbeiten. Im vergangenen Jahr, im Mai 2017, wurde in Mainz der Sekundärspiegel aus Glaskeramik gegossen. Das war der erste Meilenstein in dem wirklich aufwändigen Herstellungsprozess des ELT. Etwa ein Jahr hat sein Abkühlungsprozess gedauert und jetzt wird er noch in Frankreich geschliffen und poliert. Sein Durchmesser beträgt wahnsinnige 4 Meter und sein Gewicht 3,5 Tonnen. Somit ist er der größte Sekundärspiegel eines Teleskops weltweit und zudem der größte konvexe Spiegel der Menschheit. Er wird kopfüber dem Hauptspiegel aufgehängt. Seine Aufgabe wird darin bestehen, das vom riesigen Hauptspiegel eingefangene Licht über weitere Spiegel hin zu den Messinstrumenten zu leiten. Aber auch der Hauptspiegel ist nicht ohne. Denn um diese Leistungsfähigkeit zu erreichen, sind Rekordleistungen nötig. Er besteht aus knapp 800 einzelnen Sechseckspiegeln, die beweglich sind und sich die Spiegelform so bei jeder Temperatur und der Neigung des Teleskops optimal anpassen kann. Konkret wird das ELT auf einem abgelegenen Berggipfel in Chiles Atacama-Wüste zu Hause sein. Der Armazonesberg ist rund 3000 Meter hoch und vor zwei Jahren wurde seine Spitze gesprengt, um eine Plattform für das Megateleskop errichten zu können. Hier in der Atacama-Wüste betreibt die ESO Teleskope an drei Standorten, unter anderem auch das Very Large Telescope VLR. Das besteht aus vier Teleskopen, die sich miteinander kombinieren lassen. So könnte eine 1-Euro-Münze aus einer Entfernung von 5000 Kilometern erkannt werden. Und die Bedingungen in dieser Region sind für astronomische Studien besonders geeignet, denn größere Städte mit störenden Lichtwellen sind weit entfernt. Zudem ist die Luft klar und trocken. Und die sogenannte Humboldt-Strömung sorgt dafür, dass die Region meist komplett wolkenfrei ist. Optimale Bedingungen also für wissenschaftliche Sternenbeobachtung, auch wenn es ein wenig kurios klingt, von dieser abgelegenen Ecke der Erde Lebenszeichen im Weltall zu finden. Das ELT-Projekt läuft seit 2012. Ende 2014 wurde sein Bau genehmigt. Zehn Jahre später, also 2024, wird das Megateleskop dann wohl erstmalig an den Start gehen. Dahinter steckt, wie gesagt, die europäische Südsternwarte, die im Oktober 1962 durch Deutschland, Belgien, Frankreich, Schweden und den Niederlanden gegründet wurde. Mittlerweile gehört sie mit zu den erfolgreichsten Forschungseinrichtungen Europas. Derzeit hat sie 15 Mitgliedsstaaten, die finanziell, technisch und wissenschaftlich zum ELT-Projekt beitragen. Deutschland ist das größte aller Mitglieder und steuert 230 Millionen Euro von den Baukosten. Dazu insgesamt sieht es nach Kosten von 1,1 Milliarden Euro aus. Wow! Und wir haben hier auch Großes vor, Klicks, um werbefrei zu machen. Nämlich, immer wenn wir entsprechend viele Kanalmitglieder gewonnen haben, schalten wir die Werbung vor einem monatlichen Video ab. Werdet also Mitglied hier unter dem Video draufklicken oder auf den Link in der Videobeschreibung. Für einen kleinen Beitrag bekommt ihr dazu noch einige Extras und wenn ihr immer garantiert über aktuelle Videos informiert werden wollt, dann addet mich übrigens bei WhatsApp. Dann bekommt ihr den Link zum aktuellen Video vor allen anderen von mir persönlich auf euer Handy. Einfach hier draufklicken und da drunter geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Asteroiden bedrohen die Erde jederzeit und das ist wirklich der Fall. Also bis dann! Bleibt dran!